Hallo, mein Name ist Volker Speckenbrink, ich bin Leiter des Referenzzentrums in Groß-Kotzenburg und ich möchte Ihnen heute die Gang- und Laufanalyse vom WalkerView erklären und vorstellen. Der Vorteil beim WalkerView ist, dass wir eine Gang- und Laufanalyse ganz schnell machen können, weniger als fünf Minuten Zeitaufwand und wir können mit dem Patienten dann entsprechend die Werte direkt am Monitor auch erklären. Was ganz besonders toll ist, ist die Non-Based-Marker-Technologie, das heißt, das System setzt die wichtigen Referenzpunkte ganz automatisch und von alleine. So, das System funktioniert ganz einfach, ich lasse den Patienten ein bisschen laufen zur Eingewöhnung und drücke dann einfach auf Teststart und der Test beginnt schon. So, der Test hat jetzt 60 Sekunden gedauert und ich habe schon Ergebnisse, die ich mit dem Patienten direkt besprechen kann. Wir schauen uns die Symmetrie an und haben hier schon die ersten Hinweise, ob vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Ganz schön ist auch die Darstellung der Referenzwerte, das heißt, anhand des Schrittzyklus kann ich natürlich sehen, wie sollte denn der Patient auch aufsetzen, den Fußaufsatz, die Hüfte und den Oberkörper kann ich bewerten und sehe anhand der gelben Linie auch, wie es tatsächlich sein sollte.